Hochzeit in Monaco. Fürst Albert II. und die bürgerliche Südafrikanerin Charlene Whitstock haben sich das Ja-Wort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im Thronsaal des Palastes statt. Im Anschluss lud das Fürstenpaar mehr als 7000 Monegassen zu einem Empfang in den Palasthof. Zur kirchlichen Hochzeit des monegassischen Regenten und der ehemaligen Leistungsschwimmerin werden morgen zahlreiche Gäste aus aller Welt erwartet.